Heute trainieren wir das kompakte Verschieben und das Stellen von Gegenspielern in der Viererkette. Für die Übung brauchen wir ein Spielfeld gemäß der Abbildung, sechs Minitore und zwei Teams mit jeweils fünf Spielern und zusätzlich noch einen neutralen Spieler. Es übernimmt immer für zwei bis drei Minuten ein Team die angreifende und ein Team die verteidigende Rolle. Der neutrale Spieler spielt immer zusammen mit dem angreifenden Team. So ergibt sich ein Sechs gegen Fünf. Das verteidigende Team spielt immer mit einer Viererkette und einem Sechser davor. Das schwarze Team hat das Ziel, einen Treffer auf einem der drei Minitore zu erzielen oder über die Linie zu trippeln. Erobert das rote Team den Ball, kann es auf die gegenüberliegenden Minitore kontern. Fällt ein Treffer oder geht der Ball ins Aus, bringt der Trainer immer wieder einen neuen Ball für das angreifende Team ins Spiel. Sobald die zwei bis drei Minuten vorbei sind, tauschen die Teams die Aufgaben und der neutrale Spieler spielt dann zusammen mit dem roten Team. Kommen wir zum Coaching der Übung. Zum einen sollte die Viererkette geschlossen verschieben, um die Schnittstellen sehr klein zu halten. Das setzt voraus, dass die Außenbeteiliger nicht zu Mann orientiert spielen, um diesen Passweg geschlossen zu halten. Sprich, der äußere Spieler wird erst mit dem Pass gestellt. Ist der Sechser im Zentrum mal aus dem Spiel, wird der Gegenspieler von dem Ball nahen Innenverteidiger gestellt. Die drei anderen Spieler in der Kette verengen den Raum dahinter, um die Tore zu schließen und um Zugriff auf diesen Außenverteidiger zu behalten. Kommt es dann zu einem Querpass, wird die Kette schnell wieder geschlossen. Kette schnell wieder geschlossen. Kette schnell wiedergeschlossen. Dr. DAS Kette schnell wiedergeschlossen. Kette schnell wiedergeschlossen. décritte KetteIVE